diesen treffer schauen wir uns natürlich gerne noch einmal an der erste treffer für die tsg in der saison 2019 2020 und wenn es gegen werder bremen geht dann ist er irgendwie immer zur stelle grüß dich ermittragte schön dass du bei uns bist und willkommen liebe tsg fans ja ermin werder bliebte irgendwie ne ja das stimmt ich habe das zugesprochen bekommen dass ich gegen werder sehr gerne treffe habe da immer ein gutes gefühl ich hoffe dass es nicht nur bei werder bleibt und ich da auch mich trotz allem weiterhin in die torschützenliste eintragen kann aber primär sorge ich auch lieber dafür dass das wir keine kassieren es war ein schöner heimsieg ermine wir haben am ende 3 zu 2 gewonnen wie wichtig war auch dieser sieg zu hause im blick auf die kommenden partien war ein schöner sieg für die fans für fünf spieler für den neuen trainer natürlich tut natürlich gut gibt selbstvertrauen und war natürlich eine willenssache mentalität sache und sehr glücklich und sehr froh über über den ersten dreier und jetzt gilt der volle fokus dem nächsten spiel in leverkusen und vor leverkusen stehst du quasi vor deinem 100 bundesligaspiel für die tsg was bedeutet dir das auch persönlich ermin ja wahnsinn wie die zeit fliegt erstmal ist natürlich was ganz besonderes jetzt auch schon länger in dem in dem geschäft und natürlich auch hier länger bei der tsg und natürlich freut das ein ja so ein jubiläum natürlich hier zu feiern ist natürlich eine schöne sache jetzt begegnen wir in leverkusen natürlich einer starken offensive als verteidiger wie geht man in so ein spiel rein ja du sagst schon die haben wirklich top besetzung was die offensive angeht aber ich zweifle nicht an unsere qualität in der defensive wir müssen einfach voll fokussiert sein und konzentriert sein über über die gesamte spielzeit weil die offensive darfst du keine sekunde aus den augen lassen ansonsten denke ich dass wir uns top vorbereiten werden für das spiel und top vorbereitet sein werden und so gehen wir auch an die sache ran so gehe ich an die sache ran und wird auf jeden fall ein hochinteressantes spiel das auf jeden fall und es wird ein wieder treffen mit zwei alten weggefährten nadim amiri und kerem dem hierbei ja auf was müssen die sich einstellen wenn sie gegen uns spielen ja ich meine wir kennen uns gut es kann ein vorteil sein für die vielleicht auch für uns ja nehmen man freut sich einfach aufs wiedersehen die freundschaft ruht natürlich auf dem platz ich habe mich als letztes habe ich mit kerry mal auch geschrieben ist natürlich die schön die jungs wieder zu sehen aber wie gesagt 90 minuten ruht dann die freundschaft und dann dann quatschen wir mal nach dem spiel wieder der sieg gehört uns ermin vielen dank dass bei uns war's und wir machen hier gleich mit unserem experten mit zahle weiter vorher hören wir aber in die pk der leverkusener rein aufrecht ist eine sehr fußball intelligente spieler war und das sieht man auch als trainer er liebt taktik er macht gerne darüber nachdenken und ja seine mannschaft zwente in holland die haben immer gut fußball gespielt da war eine idee dahinter und man kann wirklich sehen dass da ein trainer arbeitet die mit seine spieler entwickelt und auch die mannschaft und ich glaube obwohl ich nie mit ihm gearbeitet habe als trainer glaube ich dass es ein guter trainer ist ja da sind wir wieder jetzt mit unserem experten sali schön dass du da bist sali ja es geht am samstag nach leverkusen und wir haben jetzt mal einen schönen elf meter von die ja noch ausgekramt sozusagen kannst du dich daran noch erinnern ja klar es war sehr spannendes spiel ich glaube wir haben den neunzigsten glaube ich 3-2 gemacht noch ich glaube modest ich weiß es nicht und an den elfmeter natürlich schon ich hatte in berlin noch was gut zu machen ich glaube er hat ein jahr vorher hier zu hause oder hinter ihm im hinspiel hat er meinen elfmeter gehalten glaube ich da muss ich den rein machen habe ich ein bisschen geärgert mit dem chip aber alles gut sah auf jeden fall sehr cool aus in dem moment sali es wird auf jeden fall kein einfaches spiel das kann man sagen nichtsdestotrotz wenn man jetzt mal so die sieben letzten duelle nimmt da haben wir viermal gewonnen es gab zwei unentschieden also die bilanz sieht eigentlich recht gut aus so gesehen auch vergangene saison haben wir zweimal gewonnen gegen leverkusen wie werden wir sie auch diesmal knacken ja ich denke das ist wie du sagst die letzten jahre haben wir immer da gut gespielt hat auf einem da super super spiele gemacht auch gewonnen deswegen müssen die breiter brust da rausgehen ich denke dass wichtig wird sein dass die mannschaft eng zusammen bleibt weil leverkusen natürlich auch mit den zwei siegen selbstvertrauen auch hat und sehr starke spielerische manche also die mannschaft ist sehr spielstark haben super spieler und aber ich denke einfach dass hoffen weil sich nicht verstecken braucht und da sehr sehr gute chance hat auch da was mitzunehmen definitiv vor allem jetzt auch mit diesem heimsieg im rücken mit den drei punkten die waren auch enorm wichtig für selbstvertrauen ja natürlich wenn du zu hause gewinnst auch dann so zurückkommst und das 3-2 auch noch machst und dann das spiel gewinnst dann fährst du mit selbstvertrauen dahin und dann muss man auch den leverkusen wieder zeigen wie in den letzten jahren auch dass man da gewinnen kann auf jeden fall wir können da was holen sali eine abschlussfrage noch wir haben vorher mit ermin darüber gesprochen es ist ja auch ein treffen mit alten freunden weggefährten kerem dem ihr bald sehen wir und auch nadim amiri wie war das denn früher so für dich das ist ja eigentlich was ganz normal ist dass man dann wieder spieler woanders wieder trifft und gegen sie dann antreten muss wie bist du damit umgegangen ja ich denke man man freut sich ein bisschen mehr als jedes als irgendein anderes bundesligaspiel wenn man gegen seinen alten verein spielt und ich glaube die haben freude daran aber ich glaube schon dass die beiden auch gewinnen wollen und deswegen hoffe ich dass trotzdem hoffmann das spiel für sich entscheidet auch wenn nadim und kennheim jetzt da spielen ja sali vielen dank dass du bei uns warst das war die matchday sendung für heute vielen dank fürs zuschauen macht's gut tschüss